Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2. Und tatsächlich, wir können in diese Tür rein mit unserem Laborschlüssel, der jetzt nutzlos geworden ist. Also tun wir das doch mal. Wir gehen in diese Tür. In diese geheimnisvolle Tür. Die Tür. Und wir hören Zombies und wir nehmen ein erster Hilfespray, was ich sehr... Okay. Oh, da blinkt noch was. Magnum Patron! Wollt ihr auch Magnum Patron? Ich mag Magnum Patron. Zombie, wolltest du auch die Magnum Patron? Das sind meine. Ein Lichtschalter. Wollen sie den Knopf drücken? Natürlich wollen wir den Knopf drücken. Knöpfe sind zum Drücken da. Und Zombies zum Erschießen. Auch wenn sie hübsche Turnschuhe anhaben in blau und in gelb-braun. Nein! Fail! Ach du Scheiße! Was ist denn das für ein kranker Kack? Ach du Scheiße! Aber den anderen hat's umgehauen. Habt ihr gesehen, ne? So macht man das. Eieiei, das hatte ich ja jetzt völlig unterschätzt. Hier blinkt noch was. Na, komm doch mal her hier. Die Mo-Disc. Na, endlich. Wir haben die Mo-Disc. Mo-Discs sind auch aus dem ersten Teil schon bekannt. Wer sich erinnert. Haha. Lustige Geschichte. Aktivator für Impf-Grundstoff-Synthese. Okay. Das interessiert uns jetzt nicht weiter. Weil das nicht für uns ist. Was? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ja, ne. Meine Güte. Was? Schmeißt du doch gegen die Wand? Sie hat doch von Ada eine Opferge gekriegt Sie hat uns hier zu beheben, was sie hier gekommen ist, um die G-Virus zu bekommen? Das ist ein Lied! Nein, das ist die Wahrheit! Ich habe das herausgefunden, als ich ein Hintergrund zu beachten hat. Sie hat sich speziell bei Jon und sich seine Freundin zu bekommen, um die Beobachtung zu bekommen um die Umbrella. Das kann nicht sein! Ich weiß sie! Ada würde nicht tun so etwas wie das. Was ihr? Nooooooo Ähm, oh, entschuldigung Okay, sie ist anscheinend tot Oh Gott, wir haben jetzt echt unser Feuerzeug? Nein Och, ne Och, ich hasse das, das ist auch so ein typisches Resident Evil Szenario Das Selbstzerstörungssystem, na 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 Und jetzt denkt man, oh scheiße, alles geht jetzt in den Bach runter, jetzt haben wir Druck, jetzt haben wir Druck, waaah Was geht jetzt ab? Ada! Mit blutigen... Exkrementen Äh, Extremitäten, nicht Exkrementen Oh man Oh Ohhhh Ihr habt's gesehen, der ging in die Schulter Ja Oh Gott, die Alte hat so einen Stich Ihr habt's einfach zu helfen hier Ich... Ich wirklich wollte... ...to escape mit dem León Escapes... ...everything Goodbye Ada! Nein Doch Tja, aber was bleibt uns übrig? Und er hat es weggeschmissen Auch noch runtergeschmissen, wo Ada hingefallen ist Das ist Adas Waffe, es sind keine Patronen mehr im Magazin Und die doofe Co, was hat sie bloß dazu getrieben? Hm Wir haben immer noch das Problem, dass uns dieses Selbstzerstörungsgedönste am Hintern hängt Oh Mist Und wir müssen jetzt mutig und stark voranschreiten Ich überlege gerade echt, ob das alles reicht, was ich eingesammelt habe Weil es wäre ja nicht Resident Evil, wenn hier jetzt einfach... Es wäre so... Oh ja, wir fliehen jetzt und alles ist gut Das ist nicht Resident Evil Es kommt natürlich noch irgendeine Art von Showdown Das ist ja in jedem Spiel so Es heißt ja nicht irgendwie, oh ja, jetzt fliehen wir alle und gut ist Na, ach ich bin auch behindert, das kann doch wohl nicht wahr sein Nein, nein Ich will nochmal in den Safe-Raum hinten Hm Okay Und zwar gehen wir an unsere tolle Kiste Ähm Gut, den Flammenwerfer habe ich ja jetzt so gut wie gar nicht benutzt Das ist ja fast schon ein bisschen ärgerlich Aber was soll ich jetzt machen? Hm Ich werde, denke ich mal, hier die Folge beenden Heilungszeug sieht doch ganz okay aus Ja, das kriegen wir hin, das ist kein Problem Wir haben 32 Schuss mit der Magnum Die nehmen wir uns mit Ich packe meine Schrotflinte dann weg Verabschiedet euch von der Schrotflinte Tschüss Schrotflinte Und ich werde mehr Haufen Heilung noch nehmen Ein paar Kräuter kombinieren Das werde ich alles offscreen machen, denke ich Damit die Spannung erhalten bleibt Euch vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss